Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr für Europa. Wir haben keine Lust auf die SPD und ihr seid Schweine. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe studiert und kenne mich aus. Ihr könnt alle nach Hause gehen, eure Frau ficken oder sagen, leck mich am Arsch. Ich will mit der Wirtschaft nichts mehr zu tun haben. So soll es sein. Ja, ihr habt nichts zu sagen. Ich kenne mich aus. Ich habe studiert. Ich habe Abitur. Ich habe deine Mutter gefickt. Und dann hast du gesagt, du sollst nicht reden. Ja, ja, da könnt ihr lachen. Aber wenn ich euch besuchen komme und meine Axt dabei habe, dann werdet ihr noch sehen, dass es kein Spaß ist, wenn ich etwas sage. Und deswegen sei es mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Und ich werde euch in der Luft zerreißen wie ein Stück Papier und dann könnt ihr nichts mehr machen außer weinen.